Hallo zusammen, ich bin der Max vom Rock der Ring 2018. Fünfte Ausgabe, tolle Stimmung, super Publikum. Hinten auf der Bühne können wir gerade den Marc Svei. Wir haben angefangen mit Babenschrimms, die haben wir nachher getroffen, Backstage und haben ein Interview gemacht. Hallo zusammen, wir sind Babenschrimms. Ja, es war mega geil, wir sind jetzt gerade von der Bühne heruntergekommen, coole Stimmung, mega geile Stage, ja. Fühlt sich an wie ein kleines Städtchen hier, eigentlich noch sehr wohnhaft. Wir als so Pseudor-Bahni fühlen uns hier sehr wohl. Mega gemütlich, mega schön, mega gross und trotzdem persönlich. Es wuschelt alle rum, es hat ganz viele Boxen und es ist ein riesiges Festival mit viel Power. Das ist cool. Coole Jungs, Babenschrimms, der Blick und Jan Dilley später noch auf dem Programm. Am Freitag dann ein Highlight mit zum Beispiel Simple Minds, Blackstone, Sherry und so weiter. Und da wir gerade noch Babenschrimms bei uns haben, wer ist denn der Favorit für den Freitag? Ah ja stimmt, Freitag, Freitag und heute hat es eine coole Band, die da spielt nämlich. Also wenn ich ich wäre, würde ich Uriah Hip hören, unbedingt. Das Original klingt schon ein bisschen besser. Dann am Freitag noch Corleone und Manfred Mähn, mein persönlicher Favorit auf dem Programm. Und ich freue mich auf euch. Das war's.